Mein Name ist Gabriele Söhl. Ich bin Physiotherapeutin in Schwarzenbeck. Unterstützt werde ich durch meine Mitarbeiter, die mit ihrem unterschiedlichen Fachwissen unseren Patienten ein breites Behandlungsspektrum bieten. Erweitert wird unser Praxisangebot durch die medizinische Wellness, wie zum Beispiel Hotstone oder Aromaöltherapie. Es bietet eine optimale Ergänzung zur aktiven Physiotherapie. Wir begleiten die Mitarbeiter verschiedener Firmen durch Ergonomieschulung am Arbeitsplatz, Rückenschulkurse oder auch einfach durch eine entspannende Massage. Meine Leidenschaft gilt der Sportphysiotherapie, insbesondere dem Golfsport. Als ausgebildete Golfphysiotherapeutin arbeite ich eng mit dem Golfclub Brunsdorf zusammen. Unsere Kooperation mit der Golfschule AS Performance erlaubt ein individuelles Behandlungsangebot. Vielen Dank für Ihr Interesse!